Seid gegrüßt, wir spielen dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sind als Dan hier in der Villa und versuchen Liz zu finden, die anscheinend in irgendeinem Loch verschwunden ist. Ja, schauen wir uns weiter um, was es hier gibt. Vielleicht reden wir mal mit den... Ach nee, können wir nicht, okay. Hm, gehen wir mal zum Auto. Mal gucken, was es dort gibt. Das sieht ja schon ein bisschen anders aus, als wir es zurückgelassen haben. Mein Chef hat ihn mir geliehen, er gehört seiner Frau. Seiner ist in der Werkstatt. Er hatte ihn mir geliehen, weil meiner einen kleinen Schaden hatte. Manche Leute werden einfach nicht schlau. Das ist aber freundlich. Ja, was ist das denn hier, ein Korkenzieher? Manche Leute verlieren auf Partys, aber auch alles. Vielleicht können wir den ja mitnehmen, unter Umständen. Wow, da ist ja der Seelensauger dieser Sarduf hier mit dem Wahnsinnsvorbau. Ach ja, die war ja auf der Party, hatte Schluck auf, tanzte ganz alleine und... Und was für ein Hundeleben. Mhm, alles klar. Äh, was ist das denn hier? Baseballschläger. Ein treuer Freund. Das glaube ich dir gerne. Ähm, mitnehmen? Ja! Ich hebe ihn immer im Auto auf. Egal in welchem Auto. Da haben wir ja jetzt wieder zwei neue Gegenstände. Können wir hier noch was machen? Nein. Gehen wir zurück. So. In die Villa kommen wir, glaube ich, jetzt kommen wir da noch rein. Die machen wohl nach der Party sauber. Jedenfalls lassen die Roboter kein rein. Da kommen wir nicht rein. Außerdem könnte Willy da sein. Und wenn er mich zum Essen oder Trinken einlädt, komme ich zu spät. Ja. So, hier hatten wir ja diese komische Kralle. Ob wir die abmachen können mit dem Korkenzieher oder so? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Sehnensauger, okay. Geht nicht. Baseballschläger? Warum nicht? Oh, ja. Gut. Was für eine schöne musikalische Untermalung. Damit haben wir jetzt eine Kralle. Klingt zwar völlig unlogisch, aber wo ich gerade einen Schläger zur Hand habe. Eine Kralle. Was machen wir mit der Kralle? Können wir mit der Kralle irgendwas bei dem schlafenden Kerl machen? Er schuldet mir noch Geld. Aber ich foltere ihn nicht, um es zu kriegen. Schade. Lager. Lager. Oder nein, zum Boot steht. Mit der Kralle müssen wir jetzt irgendwas machen können. Vielleicht hier mit? Keine Ahnung, warum ich es will. Aber wenn man in meinem Viertel aufwächst, stellen sich solche Fragen nicht. Geht klar. Damit haben wir jetzt ein Seil. Und ein Seil ist ja schon mal sehr gut, weil dann können wir vielleicht in das Loch reinklettern. Was es dort im Lagerraum gab. Lager. So. Unser Freund Edgar ist immer noch hier beschäftigt. Und wir benutzen mal das Seil und versuchen das mal. So. Valtür. Hält das, wenn ich es befestige? Mit Sicherheit. Sicherheit. Was ist hier los? Das nehme ich auf. Lass uns Allwinter drin verstecken. Im Sackgefahr? Genau. So gewinnen wir Zeit. Verschwinden wir sonst. Das sollten Sie lieber lassen. Ihre Unsichtbarkeitstricks sind gegen mich wirkungslos, immaterieller Mann. Sie und die schöne Miss L.A. werden von meinen Bediensteten zu ihren neuen Zimmern begleitet. Ich begleite mich allein. Chlorophore. Halten Sie sich etwa für besser als ein... ...physischer... ...ah. Ah. Jetzt wo er wusste, was Liz zugestoßen war, würde Dan sie nur mit Hilfe von Big Orberts Hinweisen aufspüren können. Der Sarkophag? Fragte Edgar. Den haben Sie zum Tempel der ewigen Illusion gebracht. Nein, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Keuchte Dan entsetzt. Der Tempel der ewigen Illusion. Die Kommandozentrale der als hohe Priesterin Krom H. bekannten Illusionistin war eine uneinnehmbare Festung. Jedes Stäubchen, das dort hineinkam, wurde gefilmt, gescannt und untersucht. Der Scanner registrierte jegliche Gehirntätigkeit. Und das Tempelinnere war voller Todesfallen, denen noch nie ein Mensch entronnen war. Das Match wurde härter und härter. Aber Dan war schon so weit gekommen. Außerdem hatten sich seine Gefühle für Liz verstärkt. Diese Dummbratze. Bloß wegen der hänge ich schon wieder in den Seilen. Hoffentlich hat sie meine Eintrittskarten nicht verloren. Wer hätte sowas gedacht? Also Tempel der ewigen Illusionen klingt ja schon mal sehr... Ach, wo ging es denn hier los? Ach hier, Villa. So. Das klingt ja schon mal sehr interessant. Mann, Sie haben es ja aufgekriegt. Oh, mit dem Ding würde ich eher nicht fahren. Das sieht mir so wie Seelenverkäufer aus. Aber wenn er das unbedingt für nötig hält. Ich bin ein Haus, dass ich wirtschaftliche Gehirn nicht. Streit. Streit. Hey, Dan Murray. Kein geringerer. Und du, alter Brummer? Was für ein Typ. Professor Fly, stets zu Diensten. Sag mal, was hat denn der Blödmann da draußen? Der Poet? Ich soll ihm eine individualisierte Teleporter-Kabine basteln. Tele-was nochmal? Oh, ein Laie. Komm, ich zeige sie dir. Zwei Kabinen. In eine von ihnen fliegt das ängstliche Versuchshäntchen. Erinnert mich an Final Fantasy XIII. An Seth. Wisst ihr, wen ich meine? Und in der anderen erscheint es blitzschnell wieder. Dan erfasste das unglaubliche Potenzial der großartigen Erfindung hinsichtlich seines Vorhabens. Und so erklärte er es Professor Fly. Hm, nicht übel. Hast du ein Versuchskaninchen, alter Brummer? Außerdem Entchen, meine ich. Hoffentlich. Der Poet würde gerne, aber da gibt es keine Diskussion. Jetzt hast du eins. Kann losgehen. Das wäre verwerflich. Der Teleporter ist in der letzten Testphase. Rein rechnerisch ist er tödlich. Mit dem Tod ist zu rechnen. Vor allem für die Leber. Deshalb nehme ich nur Freiwillige, die drei Bedingungen erfüllen. Erstens, sagte Fly, musst du für die Gesellschaft ganz und gar entbehrlich sein. Zweitens, deine Lebenserwartung muss weniger als ein Jahr, zwei Monate, neun Tage und 37 Minuten betragen. Drittens, du musst meinen psychologischen Test bestehen, der einen hochgradigen Sittenverfall nachweist. Oh, weia. Gut, wir haben hier die Möglichkeit. Macht den Test des Sittenverfalls mit mir. Meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Was muss ich also tun, um gesellschaftlich entbehrlich zu gelten? Um als gesellschaftlich entbehrlich zu gelten? Verrate mir doch mehr über den Poeten oder zurück unter die Deckebrummer. Ja, ich frage mal, was ich tun muss. Was muss ich also tun, um als gesellschaftlich entbehrlich zu gelten? Keine Diskussion. Du arbeitest beim Quill. Du bist ein genialer Sportreporter. Ähm, mach den Test des Sittenverfalls mit mir. Mach den Test des Sittenverfalls mit mir. Wetten, ich übertreffe deine besten Ergebnisse? Na dann los. Das sind vier sinnlose Kleckse. Was siehst du da? Gleichgürtigkeit, ein Brand im Stadium der Freaks, war vor etwa drei Jahren. Eine schöne Blume oder ich passe. Eine schöne Blume. Das ist gar nichts. Nicht mal moralisch verwerflich. Tut mir leid. Probier's nochmal, wenn du wirklich durch bist. So ein Mist. Ähm, ja, zurück unter die Decke. Zurück unter die Decke, Brummer. Ha, 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 was für ein Typ. Dann gehen wir mal zurück und machen irgendwas, was verwerflich ist. Ich würde ja jetzt den Typen vielleicht foltern. Hör genau hin. Ich werde Fleiß Versuchskaninchen. Ja, sag mal, hast du dir die Hand verkohlt? Schmerz, Schmerz inspiriert mich. Ein Vers, ein ganz neuer Vers. Eine höllische Sonne versenkt mir die Haut. Präzise, grausam und verschlagen. Soll ich dir die Fresse polieren? Macht mir nichts aus. Nein, zu gewöhnlich. Das, das, das inspiriert mich nicht. Neuen Schmerz für neue Ferse. Zeig mir was Neues. In Ordnung, warte hier. Du wirst ausflippen. Will er vielleicht die Kralle haben? Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues. Zeig mir was Neues. Wie wär's mit kleinen Messern? Du kannst dich damit schneiden. Hier und da, wie es dir gefällt. Ich wiederhole. Ich wiederhole mich nicht. Niemals. Ah, sag nichts. Du hast dich schon geschnitten. Hier und da, so wie es dir gefällt. Was Neues. Zeig mir was Neues. Och Mann. Mir kommt da so eine Idee. Der flippt aus. Klingt echt schrecklich. Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke. Die Dauer. Erzähl's mir. Mein Gehör von tausend Bienen schwer verletzt. Explodiert. Mit Macht. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Schleimer. So. Äh, ja. Wir laufen jetzt mal hier wieder weiter. Wir müssen jetzt was Verwerfliches tun. Und wir müssen eine geringe Lebenserwartung haben. Weil es zwar noch nicht wir war. Können wir ihn vielleicht foltern? Er schuldet mir noch Geld. Aber ich foltere ihn nicht, um es zu kriegen. Aber das wäre moralisch sehr verwerflich. Tobi? Ich bin doch kein Tierfriseur. Ich auch nicht. Vielleicht was mit dem Baseballschläger. Geht auch nicht. Oder hier so einen Roboter kaputt machen. Ach nee, wir können ja nicht mit denen interagieren. Zum Auto. Das ist doch das Auto von unserem Chef. Wenn ich das Auto der Frau meines Chefs platt mache und er kriegt es mit, bin ich aus dem Spiel. Aber Fly würde mich als Versuchskaninchen annehmen. Dann wäre ich Liz einen Schritt näher. Und auch der Reportage, die mir den Job sichert. Was sowieso keinen Unterschied mehr macht. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich breche das Spiel ab, erfinde eine Reportage und behalte meinen Job. Wäre nicht das erste Mal. Oder ich lasse mich rauswerfen und suche das unausstehliche, blöde Papa-Töchterchen. Das ist natürlich wie immer das Wichtigste. Das ist das wirklich Wichtige im Leben. Dann mach mal los. Jetzt um mich raus, bitte. Dann machen uns! Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht habe ich diesmal ein bisschen übertrieben. Kaum. Ach. Das passt schon. So, gettunter Freiheit und Spirit. Was machen wir jetzt damit? Wenn mein Chef das sieht, bin ich mein Job los. Ja, aber erst mal müsste er es sehen. Lose Teile. Und das bleiben sie auch. Haben wir eine Kamera oder sowas? Wir müssen das ja irgendwie dokumentieren oder so. Na, keine Ahnung. Vielleicht auch nicht. Nein, hier wollte ich nicht hin. Ich wollte zum Bootsteg. So. Wir zeigen ihm das erstmal. Wo ist er denn hin? Steuerpult. Sehr niedlich. Wenn ich den Test bestanden habe, löse ich das hier. Nein, der alte Brum... Ja, wo ist er denn? Ich tue mal die Hilfe zurate ziehen. Fleißjagd hielt noch die eine oder andere Überraschung für Dan bereit. Okay. Hotspots. Wir haben hier etwas. Wir haben hier etwas, was wir noch nicht angeschaut haben. Und wir haben... Okay. Einen Tisch. Erstmal den Tisch anziehen. Fast so ordentlich wie mein Schreibtisch beim Quill. Nichts für mich dabei. Bull-Auger. Da ist wenig... Nein, das bleibt schön zu. Ah, hier oben ist er. Aus der Ferne ist er nicht ganz so hässlich. Ich seh den gar nicht. Wo ist der denn? Ich komme runter! Alles in Ordnung? Gut, es gibt Teststunde. Meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Meine Schreibkunst hat stark nachgelassen. Ich bin jetzt für die Gesellschaft entbehrlich. Verrate mir doch mal über den Poeten oder Fliegschön an die Decke. Die Höhenluft bekommt ihr. Ja, das auf jeden Fall. Meine Schreibkunst hat stark nachgelassen. Ich bin jetzt für die Gesellschaft entbehrlich. Ich bin wirklich ungern so unglaublich ehrlich, aber das ist ehrlich unglaublich. Wenn dein Chef dich noch nicht entlassen hat, heißt es, dass du noch viel geben kannst. Keine Diskussion. Und meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Ganz sicher? Das lässt sich nämlich wissenschaftlich belegen. Siehst du das Gerät in der Ecke? Besser als du. Meine Augen sind nicht geschmallen. Ist das ein Typ? Aber du hast recht. Ohne meine rote Brille sehe ich schlechter. Hab sie gestern verloren. Also, der Apparat ist ein Lebensanzeiger. Er misst anhand der Atempartikel die verbleibende Lebensspanne des Testsubjekts. Oh, das möchte ich nicht. Wie lange noch, bis man den Löffel abgibt? Stimmt's? Eindeutig positiv. Positiv eindeutig. Wirdet ihr das wissen wollen? Also, ich nicht. Aber, hm. Test, äh, ja gut. Erstmal weg. Flieg schön an die Decke. Die Höhenluft bekommt ihr. Hahaha. Was für ein Typ. Was haben wir denn alles? Erstmal will ich wissen, wie lange denn noch lebt. Seltsam. Na, wie viele Jahrzehnte bleiben wir wohl? Jahre. Fünf. Monate. Sechs. Tage. Zwölf. Stunden. Neun. Herzlichen Glückwunsch. Fünf Jahre, sechs Monate, zwölf Tage, neun Stunden. Hm? Widerliches Ding. Da wird ja jemand nicht sehr alt. Und das Schlimmste ist, dass ich keine zwei Jahre mehr haben darf, damit Fly mich als Versuchskaninchen annimmt. Oh. Aber so ein Gerät, das gibt's doch auch bei Einstellungstests und sowas, ne? Hahaha. Also, das ist ein Jahr, wie lange ich noch lebe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Was haben wir denn, was wir da mal reinlegen könnten? Oder, wie soll ich hier? Das Blatt ist doch von Tobi. Tobi stirbt im Herbst und wird im Frühjahr wiedergeboren. Jetzt kann ich gar nicht mehr verlieren. Ja, das ist die Rätselslösung. Jahre, null, Monate, null, Tage, neunzehn, Stunden, drei. Oh, Murray. Wie? Was ist los mit dir? Dir bleiben nur neunzehn Tage, armer Kerl. Das ist wirklich eine geringe Lebenserwartung, entfuhr es Fly. Entspann dich. Hauptsache, ich erlebe den Kampf am Freitagabend noch. Dann ist alles gut. Hahaha. Was für ein Typ. So, und das ist jetzt erstmal ein guter Zeitpunkt, um kurz aufzuhören. Die Folge ist vorbei. Ich wünsche euch Spaß und macht's gut. Was für ein Typ. Untertitelung des ZDF für funk, 2017